Jesus Doch lässt du Sünde zu, weich dir aus deinem Leben, du bist dann selber schuld, wenn Böse macht dich weht. Jesus hat einmal gesagt, wer zu mir kommt, den schloss ich nicht hinaus. Menschen glaubt und hört auf ihn, er wird es euch verlohnen. Jesus Für jeden kommt einmal der Tag, an dem er Abschied nehmen muss, von all den Dingen dieser Welt. Jesus 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 doch schon bald Jesus 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 Jesus